Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu einer Runde Minecraft Jump League, wie versprochen, immer noch in der Vorproduktion und wir haben wieder jemanden dabei. Bin da! Hi! Okay, wir sehen uns in der Runde. Ich bin in der Runde, es geht gleich los und ich bin total gespannt. Ich habe ja gehört, du kannst Jump League? Natürlich, ich bin Jump'n'Run Profi in Minecraft. Okay, das ist nicht schlimm, ich bin jetzt auch nicht so der Pro, also ab und zu klappt es ganz gut, aber ab und zu... Bin tot. Das hat noch nicht mal angefangen. Siehste. Ich bin auch runtergefallen. Nee, oder? Zweiter Sprung. Okay, ja, das Modul hier ist aber echt nicht einfach. Also da hatte ich am Anfang auch echt Probleme. Das ist kein Problem. Spür ich es der Sprung geschafft, okay. Boah, was denn der Profi? Oh, warte, wir hätten doch, wir hätten Jump League Teaming spielen können, dann hätten wir teamen können. Das wäre schlau gewesen. Mit dem Gefe... Nein, dann hättest du mich nämlich im Team. Ja, das wäre doch voll in Ordnung gewesen, du bist doch so gut im PvP. Dann hättest du mich im PvP durchgeschlagen und ich hätte dich ausgerüstet. Ja, im PvP bin ich in Ordnung, würde ich sagen. Ja, siehste, das bin ich nicht so. Also ich weiß, wie man Schwert benutzt. Das ist das dann aber auch schon gewesen. Sehr gut. Und ich weiß, wie man Bogen benutzt. Wir ergänzen uns. Bogen kann ich tatsächlich. Also Bogen ist das einzige, was ich kann. Schwert überhaupt nicht, aber Bogen kann ich. Schwert kann ich in letzter Zeit ein bisschen. Ich mache ja ganz viel PvP in letzter Zeit. Das hast du eben kurz schon erzählt. Aber stimmt, die Zuschauer wissen es nicht. Entschuldigung. Hä? Au, ne, nicht irgendwas. Ich war grad verwirrt. Ich auch. Weil die Kiste hat bei mir geleckt. Und deswegen war da auf einmal nichts drin und ich dachte dann, wenn man es leichter wissst, gehen die Sachen aus den Kisten. Ich habe ein Brot. Nein, verdammt, ich schaff den Sprung nicht. Aber auch so ein Kack soll sein Sprung. Okay, wir haben ihn. Okay. Hier ist er. Oh man, ich komme hier nicht weg. Guck mal, wo ich bin. Oh. Jetzt hatte ich letztens auch mal so eine ganze Runde. Ich heiße Jumpin' Run. Das ist umso lustiger für die Zuschauer, glaube ich. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber ich bin Erster. Also mir geht es hier ganz gut. Und dir? Auch. Ganz bestimmt. Oh ne, dieses Teil ist kacke. Ich hab's fast. Ich hab's fast. Das ist gut. Aber ich muss sagen, das ist auch echt ein schweres Anfangsteil, was du da abbekommen hast. Oder was alle abbekommen haben. Ich hab's. Sehr schön. Ja. Oh, das kann ich. Das habe ich schon mal mit einem Kumpel gemacht. So ein ähnliches. Okay. Mit diesen komischen Blöcken, wo ich gerade bin. Ja, das ist ja auch. Nein, ich bin kurz vorhin runtergefallen. Ja, das ist auch nicht so schwer. Das geht eigentlich voll in Ordnung. Oh, nee. Oh, Hose und Schwert und alles. Dann bist du besser ausgerüstet als ich. Vielleicht sollte ich das nicht so offen sagen, was ich hab. Ach so, ja. Wir lassen uns freundschaftlich in Ruhe, habe ich beschlossen. Nö, 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 oder? Also wenn wir uns über den Weg laufen, dann... Dieser Scheißsprung. Ja, ja. Nein. Bringen wir uns also jetzt um, wenn wir uns über den Weg laufen, oder... Ich hab dich nicht gesehen und geh weg. Ich würde sagen, wir machen diese, ich hab dich nicht gesehen und geh weg. Oder? Okay. Ja. Und dann am Ende. Und dann am Ende, falls wir beide leben. Genau. Was es nicht der Fall sein wird, denke ich. Wir machen diese Vollpisser-Taktik so. Jo. So, jetzt, wie geht dieser blöde Sprung? Das ist so ein richtiges Opfer-Teil hier. Warum habe ich es eben nicht geschafft? Hä? Wo war der neben mein Problem? Hä? Ich kapiere es gerade nicht. So ein richtiges Problem, Kind. Aber echt. Oh, ich habe eine Eisenachse. Sehr schön. Alter, ich muss mich hier so anstrengen. Ich habe aber... Oh, krass. Schon wieder geschafft, fast. Alter, ich bin ein Held. Nein, ich bin nicht mehr Erster. Johannes, jetzt ganz ruhig hier. So. Part ist aber so elend lang. Und es nervt, wenn man runterfällt. Scheiße. Oh. 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 Okay. Ich habe es geschafft. Oh Gott, war das eine Erlösung. Oh. 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 Das kann ich echt nicht. Wenn du an so ein komisches Teil aus Obsidian war, das glaube ich ohne grünen Glasscheiben kommst, das ist die pure Hölle. Ey. Ich bin nicht letzter, oder? Alter, ich bin im mittleren Bereich. Nein. Du bist ganz gut. Also. Dafür, dass du sagst, du kannst es nicht. Das ist voll akzeptabel. Ja, ich spiele zum zweiten Mal Jump League. Dafür ist das echt super. Ich habe übrigens, falls du einen Brustpanzer brauchst, habe ich einen für dich. Ich habe irgendwie volle Lederrüstung. Ja, die hatten wir am Anfang immer. Bloß eine Holzachse, damit man irgendeine Chance hat, falls man es voll verkackt. Achso, falls man nicht ist. Ja, eben. Oh Gott. Den Teil hier habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Okay, nur Schrott. Also, Chestlack habe ich noch nie was von gehört. Da bin ich eher der Held. Oh, noch was geschafft. Bei dir läuft, kann das sein? Ja, ich fühle mich gerade richtig gut. Nein, verdammt. Oh, Alter, zweimal Brustpanzer. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile auch volle Rüstung. Ne, ich habe nur einen Brustpanzer und einen Helm. Scheiße. Dieser Sprung ist kacke. Alter, ich habe eine volle Rüstung bekommen. Das ist nice. Da würdest du mich wahrscheinlich sogar klatschen jetzt. Ne, würdest du sowieso, aber... Ja, wer weiß. So, hier der Sprung. Der geht ja auch noch. Der geht ja auch noch. Das ist der scheiß Sprung. Wie mache ich den denn? So. Nein. Das habe ich gemerkt, aber bin ich zu spät abgesprungen. Werden doch alle überholen, ich sage es dir. Werden doch alle überholen, ich sage es dir. Oh, du bist förter. Ich kann kein Jump, Nick. Mama. Nein. Nein, da war ich auch wieder zu spät abgesprungen. Ich immer zu früh. Ey, ja, zu früh meine ich ja. Entschuldigung. Mein Fehler. Nimm mir auch. Wieso? Nein, ich komme einfach an die Scheiße nicht ran. Das geht nicht. Der war gut. Ach, warum hat das nicht geklappt? Niklas. Ja? Ich mache dich jetzt dafür verantwortlich. Du hast das Quäntchen Glück, was mir sonst immer geholfen hat, geklaut. Ja. Das sehe ich nicht ein. Oh, ich bin ein dreckiger, dreckiger Dieb. Folgentitel gefunden. Ein was? Folgentitel gefunden, sagte ich. Ach so. Nein. Ich habe verstanden. Funkelstein gefunden. Funkelstein gefunden. Noch besserer Folgentitel. Ich dachte, was ist das für ein Item? Funkelstein gefunden. Es gibt tatsächlich so Verzauberungsbücher hier. Also nicht so Verzauberungs-Verzauberungsbücher, sondern so Verzauberungsbücher, die klickst du an und dann kriegst du XP. Das hatte ich bei dir mal gesehen, glaube ich. Ah, cool, okay. Du guckst meine Videos, what's up? What's up? Es ist schon wieder Montag. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. Und jetzt geht's los mit hier. Hier ist der Flashback, YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt what's up. Sei da, da kann er's. Und da kann er das Intro. Wie ich die Lyrics von Mr. Trashbacks Intro kann. Ja, und ich kann jetzt... Nein! Oh Mann, oh. Ich hab einfach so überhaupt kein Chestluck. Und ich schaff diesen Part nicht. Ich häng da seit vier Minuten dran oder so. Den konnt ich aber früher auch nie. In einem Part 1. Nein. Das wär's aber, wenn ich jetzt noch so bei Part 1 wär. Ich hätt's mir zugetraut. Oh shit, mein Isaac ist runtergefallen. Nein. Oh, mein Handy. Oh fuck. Was ist schlimmer, der Isaac oder das Handy? Wir wissen nicht, der Isaac. Der Isaac, ja. Oh, das zeige ich in irgendeinem Infovideo. Zeige ich das bestimmt. Ich muss mich ausrüsten. Warum? Weil's losgeht. Oh ja. Meine Hand liegt auf meinem Handy. Das ist nicht so praktisch. Wo sind Spieler? Ben ist ein Typ. Den klatsch ich jetzt. Der hat zwar besseres Equipment als ich, aber den klatsch ich jetzt. Ich klatsch ihn, ich klatsch ihn. Oh, er hat nur eine Holzaxe. Nein, ich hab den ersten First Blood. Nice. Oh, er wurde gespawnt. Der klatscht mich. Nein. Oh, das war ein knappes Höschen. Fuck, der hat mich erwischt. Trotz. Oh, nee. Bist du das? Nee, das bist du nicht. Oh. Ja, da war auch gerade einer Respawn. Der mag mich nicht. Der mag mich ganz und gar nicht. Oh, bitte sag, dass ich ihn weggekitet hab. Ich hab ihn nicht weggekitet. Oh. Die Map ist aus COD, gell? Kein Schimmer. Ich mein, das ist Airport oder sowas. Die ist eigentlich ganz cool. Ich glaub, die hab ich sogar schon mal gespielt. Ja. Der Battlefield? Ich weiß es nicht. Du sagst BVP kannst du nicht. Ich hab hier ein Leben. Ja, ich weiß was eben, was meine Taktik ist. Hm? Das ist die gute alte Weglaufen-Taktik. Meine ist die Draufhauen-Taktik. Und ab ein Leben, äh, Verstecken-Taktik. Oh. Oh. Das Video musst du dir angucken. Nein. Nein, 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 nein. Nicht Sandwich. Nicht Sandwich. Noch mehr Sandwich. Drei Leute. Drei Leute. Bloß mich. Ey, ich seh's. Ich komme dir zur Hilfe. Dankeschön. Alter. Bist du das hier in der Ecke? Ich komme gerade. Ne. Da hat gerade einer in der Ecke gesneed. F5-Taktik, okay. Es ist keiner da. Fuck, ich sterbe. Yes, hab ihn. Ich hab ihn. Oh, sehr schön. Oh Gott, halbes Herz. Halbes Herz. Okay. Ich bin auch nicht so... Hab's heute nicht so drauf, glaube ich. Hachi. Eila, eila, eila. Wenn du dir die Folge irgendwie durchskippst. Skip ins Deathmatch. Da habe ich so eine Szene bei der Sandwich-Szene. Da bin ich total ausgerastet mit der Maus. Circa konnte ich einfach nicht spüren, weil meine Hand auf meinem Handy lag und ich so meine Maus so total... Hattel, weißt du, wie ich mein? Äh, ja. Okay, dann kloppen sich gerade zwei. Bist du das dabei? Nein, ich verstecke mich gerade. Okay, der hat nicht viel Leben. Der kann nicht viel haben. Kriegt man hier nicht auch irgendwie Items von den Gegnern? Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, wenn die alle drei Leben verloren haben. Kriegst du eine Kiste und da darfst du dir drei Sachen von denen rausnehmen. Du hast einfach nur alle drei Leben. Ich geh auf dich. Wieso habe ich noch drei Leben? Ich bin schon einmal gestorben, glaube ich. Okay, da kommt einer. Magic, du hast Hex, what's up? Ja, ich sehe hier gerade einen, der Hex hat. Der hat mich in einem Holzschwert und einer Lederrüstung glatt gemacht. Und zwar richtig heftig. Ja, und der macht mich jetzt auch platt. Oder, 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 oder. Alter, ich kippe ihn so gut. Nein, nein. Ich glaube nicht, dass er Hex hat, aber gut ist er schon. Ich habe gerade so viel Schaden gemacht. Trap. Du hast den gekillt, das war der. Das war der? Ja, den habe ich zu Tode gehittet einfach. Der hat richtig reingehauen. Richtig ekelhaft. Der hatte ein Steinschwert, oder? Nee. Achso, dann war es der andere. Warte, wer hat mich gekillt? Dieser Seenex. Ja, Seenex. Der hat eine Range. Das ist unglaublich. Ja, aber den hätte ich fast gekillt, diesen Seenex. Aber der hatte halt ein Steinschwert und ich Holzschwert. Ja, komm. Ich glaube, der macht mir ein Ping ja gerade auch einen Strich durch die Rechnung. Oh. Oh, nee. Wir sind tot. Lass mal irgendwo treffen. Sehen wir uns als Geister? Ich glaube nicht. Sade. Okay. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Hipster-Dom nach oben. Und schaut auf jeden Fall bei Niklas vorbei. Sein Link ist wie immer unten oberster Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ist er ja wieder dabei. Vielleicht gefällt es ihm ja. Genau. Und ich würde sagen, abonniert meine Magic doch. Okay. Ja, dann. Ciao. Sag auch noch Tschüss. Tschüss.